ein herzliches hallo von mir an euch zu einer neuen folge home sweet home survive und ich habe gerade gemerkt ich habe schon wieder vergessen meine kriechentaste umzulegen oh ist das meine fähigkeit dass ich die anderen sehe ich hätte ja gern mal einen anderen killer ich habe nämlich herausgefunden es gibt mittlerweile schon noch andere killer hast du ja gesagt spekter hier kein spekter oder oben ist spekter ist die gleiche weil ich glaube es gibt nämlich jetzt sowas wie nen ich komme nicht auf das wort den gefangenen jemand der aus dem gefängnis ausgebrochen ist ich glaube sowas gibt es jetzt als killer unter anderem ich habe mich nützlich gemacht diese runde ich bin sehr stolz okay das ist ja es ist neuer hilfe ich bin ein bisschen leider erschrocken es tut mir leid es war bestimmt mega laut für euch Datene dann kommt ihr genau dann kommt ihr genau usw wo ich rein will willkommen wieso renst du denn nicht junge du kannst 말씀なまぁ ein wasser heißes Das war's. Ah! Ich brauche Energie! Hilfe! Aua! Ich erschrecke mal, wenn ihr... Oh. Hä? Wait. Das ist ja... Oh! Interessante Fähigkeit von ihm. Bei ihm sollte man irgendwo runterspringen. Aber hey! Wir haben einen neuen Killer gesehen. Gefunden. Äh. Gut, dass ich... Ich wollte gerade gucken gehen, ob da wer anderes vielleicht irgendwo und so. Wann habe ich das jetzt geused? Man muss stehen bleiben dabei. Ist ja doof. Oh, ich helfe dir. Dann geht's schneller. Skillchecks kann ich. Man kann sogar die Tasten umlegen für die Skillchecks. Also, dass du zum Beispiel A und D drücken musst oder so. Anstatt Q und E. Da ist jemand tot. Hat die das bewusst nicht beendet, das Ritual? Ritual? Oh. Oh. Och, Menno. Oh. 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 Das? Ja, guten Tag hier, ne? Da ist jemand verletzt immer noch? Was denn für komische Item ist hier? Ähm. Hier geht's gar nicht lang. Ja, cool. Da oben rennen sie weg. Er ist tot. Er ist ganz tot. Er ist ganz tot. Er macht einen Ritual. Sie wird gejagt. Sie teabaggt ihn. Wow, ist wie DVD. Warte mal, ich mach mal die Kiste hier. Vielleicht kriegen wir da noch irgendwas abgeschlossen. Was ist das hier für ein Schatten gewesen? Habt ihr das gesehen? Die dürfen jetzt nicht alle sterben. Ich kann das nicht. Run! Ja, run! Wie machen die das mit den Stickern? Geht das? Scheiße. Was steht denn der jetzt da? Dabei gibt es hier auch einen Camper. Jetzt lauf, Junge. Wie doof ist das denn? Der ist direkt da. Hier irgendwie muss ich auch sagen. Der Server war gerade auch ein bisschen komisch, oder? Weil das war immer so unlogisch. Mit dem... Dann konnte ich irgendwie nicht rennen und dann bin ich schon stehen geblieben, bevor sein einhängt. Oh, die hat es halt echt drauf. Was? Ah! Jetzt guck mal, wie man das Spiel spielen kann! Weil sie nämlich nicht gefunden hat. Ach, die andere ist ja tot! Das ist halt so gemein, dass die Killer... also die heißen ja Specter hier. Die hat ein Foto gemacht! Moment! Warum? Die können sich halt überall hin porten. Und er weiß jetzt wieder, wo sie rauskommt. Ist nämlich schon da. Es ist ein bisschen wie bei DBD. Wenn du die Maps kennst, hast du halt einfach Vorteile. Was macht denn die immer für Fotos? Was bringt das denn? Ist der dann blind für eine Weile? Oh. Ach, schade. Achso, die ist erst verletzt. Häh, die andere lebt wieder? Wie geht denn das? War die nicht... Erst mal T-Baggen! Jawoll! Die Türen zu machen ist jetzt hier sowas wie Palette ziehen. Aussieht. Was? Guck mal! Wie gut! Aber man kann sich nicht gegenseitig heilen, ne? Guck mal! Geht irgendwie nicht in die Schuhe. Guck mal! 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 bewege und versuche, die Kamera ruhig zu halten, wenn sie hier rumläuft. Was macht sie jetzt? Läuft im Kreis. Ja, das funktioniert wahrscheinlich super. Und sie steht im Schrank. Okay. Ähm, ja. Autsch. Der hat mich in den Boden gepresst. Habt ihr das gesehen? Meine Knie waren im Boden. Ähm. Ja, aber ich war ein bisschen nützlicher, die Runde, oder? Ja, guckt mal. Von den Punkten her ist es doch ganz okay. Da habe ich mich schon schlimmer angestellt. Oh Gott, dieses Spiel. Ähm, ich bin aber froh, dass ich noch eine Folge für euch aufnehmen konnte. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich sage bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, macht's gut. Und danke. Adieu. Bye-bye. 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 Vielen Dank.